Nachdem der Apostel Paulus im Römerbrief grundlegende Lehren und Wahrheiten des Christentums angesprochen hat und auch etwas über den christlichen Wandel gesagt hat, wird er in den letzten Kapiteln ganz persönlich. Wir lesen uns heute Kapitel 15 von Vers 14 bis Vers 21 aus der Guten Nachricht Bibel. Darin sagt der Apostel einige ganz persönliche Dinge über sich und seinen Dienst. Er schreibt hier, liebe Brüder und Schwestern, Ich bin ganz sicher, ihr seid von allem guten Willen erfüllt und seid euch voll bewusst, was Gott für euch getan hat. Darum könnt ihr euch auch selbst gegenseitig ermahnen. Ich habe in diesem Brief zum Teil sehr deutliche Worte gebraucht, aber ich habe den ganzen Brief nur geschrieben, um euch in Erinnerung zu rufen, was die Grundlagen unseres Glaubens sind. Und dazu bin ich bevollmächtig durch den Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Denn er hat mich dazu berufen, Jesus Christus zu dienen und ihn unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Gleichsam als Priester im Dienst der Guten Nachricht arbeite ich darauf hin, dass die Menschen dieser Völker eine Opfergabe für Gott werden. Eine Gabe, die Gott Freude macht, weil sie durch den Heiligen Geist selbst heilig gemacht worden ist. Wenn ich darauf vor Gott stolz sein kann, dann nur, weil Jesus Christus mich in seinen Dienst genommen hat. Ich nehme mir nicht heraus, die Botschaft auf eigene Verantwortung zu verkünden. Christus selbst hat durch mich, durch mein Reden und Tun, bewirkt, dass Menschen aus allen Völkern sich Gott im Gehorsam unterstellt haben. Er selbst erwies hier seine Macht in staunenerregenden Wundern und durch das Wirken des Heiligen Geistes. So war es mir möglich, von Jerusalem aus in weitem Bogen bis nach Illirien die gute Nachricht von Christus zu verbreiten. Dabei war es mir stets eine Ehrensache, die Botschaft nur dort zu verkünden, wo man noch nichts von Christus gehört hatte. Ich wollte nicht auf einem Fundament aufbauen, das ein anderer gelegt hat. Vielmehr richtete ich mich nach dem Wort in den Heiligen Schriften, gerade die sollen ihn kennenlernen, denen noch nichts von ihm gesagt worden ist. Eben die sollen zur Einsicht kommen, die noch nie etwas davon gehört haben. Soweit der Abschnitt aus Römer, Kapitel 15, Vers 14 bis 21. Und wir sehen hier schon, was der Apostel Paulus alles über sich und seinen Dienst sagt. Und darüber wollen wir heute auch nachdenken und sehen, wie sich ein guter Diener Jesu Christi, denn das war der Apostel Paulus, also wie sich ein guter Diener Jesu Christi verhält und was er tut. Ohne Zweifel war der Apostel Paulus einer der größten und bekanntesten Diener Gottes. Was seine Methoden, seine Ziele und sein Anliegen im Dienst für Jesus war, sagt er uns im Römerbrief, Kapitel 15. Vielleicht haben nicht alle Christen den gleichen Auftrag wie Paulus, aber bestimmt können alle Christen etwas von ihm lernen. Natürlich sollen nicht alle Gläubigen eine Kopie oder Nachbildung Pauli sein, aber ich bin überzeugt, dass viel mehr Christen in einem aktiven Dienst für den Herrn stehen sollten. Darum schauen wir uns heute Paulus, den guten Diener Jesu Christi an, seine Ziele, Methoden und Anliegen und lassen uns von ihm zu einem Leben des Dienstes für Jesus inspirieren. Erstens sehen wir, der gute Diener Jesu Christi rühmt sich seines Gottes und redet von den Taten, die Jesus vollbracht hat. Paulus drückt das in seinem Brief so aus, nach der Luther-Übersetzung. Nun kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich wollte nicht wagen, von etwas zu reden, das Christus nicht durch mich gewirkt hat. Eigentlich ist es nicht gut, sich zu rühmen. Wer sich seiner Erfolge und Taten rühmt, ist nicht nur stolz und hochmütig und macht sich unangenehm vor den Menschen, sondern er lebt auch in der Gefahr, zu versagen und sich zu blamieren. Aber Paulus wollte sich nicht seiner Erfolge und Taten rühmen, sondern seines Heilandes Jesus Christus. Er wollte sich rühmen, das zu erzählen, was Jesus durch ihn getan hat. Die Arbeit, die Paulus zu verrichten hatte, war eine geistliche Arbeit, die nicht in menschlicher Kraft getan werden konnte. Hast du schon einmal versucht, einen Menschen von seiner Sünde zu überführen oder ihm klarzumachen, dass er verloren ist und dass er Jesus braucht? Alle menschlichen Argumente, Erklärungen und Beweise reichen niemals aus, um jemandem das klarzumachen. Aber doch kommen auch heute noch Menschen zur Sündenerkenntnis. Sie werden sich ihrer Heilsbedürftigkeit bewusst. Wieso? Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Es ist das, was Christus durch das Zeugnis oder die Verkündigung eines Gläubigen bewirkt. Paulus war sich immer bewusst. Wenn durch seinen Dienst Frucht entstanden ist, dann war es nicht durch sein Wissen und seine Fähigkeiten, sondern durch das Wirken Jesu. Der gute Diener Jesu Christi rühmt das, was Christus gewirkt hat. Er weiß um seine eigenen Grenzen und Unfähigkeit. Der gute Diener Jesu Christi rühmt sich seines Gottes. Aber der gute Diener Jesu Christi predigt auch das Evangelium. Paulus sagt, Ich habe von Jerusalem an und umher bis Illyrien das Evangelium voll ausgerichtet. Der wahre Christ weiß um seine Unfähigkeiten und Schwachheit. Aber er weiß auch um den Befehl Jesu, das Evangelium zu predigen. Obwohl Gottes Geist selbst den Verlorenen von seiner Sünde und der Notwendigkeit der Errettung überzeugt und überführt, so braucht Gott doch auch den Verkündiger oder den Prediger. Niemals dürfen wir sagen, warum soll ich mich bemühen, etwas von Jesus zu erzählen, wenn doch der Heilige Geist nötig ist, um den anderen zu überzeugen. Im Dienst der Verkündigung arbeiten Gott und der Mensch zusammen. Beide sind nötig. Einer allein kann diese Arbeit nicht tun. So ist es auch deine Verantwortung, das Evangelium weiterzusagen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die anderen es hören wollen oder nicht. Es bleibt sich gleich, ob sie meinen, sie brauchen es oder nicht. Unser Auftrag ist es, von der Erlösung in Jesus weiterzusagen. Es ist auch egal, ob wir zu einem Menschen von diesen Dingen sprechen oder zu Tausenden. Es ist egal, welche Reaktion die anderen zeigen und welche Resultate solche Gespräche ergeben. Unser Auftrag ist es, das Evangelium zu verkündigen. Und das hat Paulus getan. Nicht alle, die es hörten, haben sich bekehrt. Nicht alle haben dem zugestimmt. Viele haben sich sogar dagegen gestellt, sich über die Predigt des Paulus lustig gemacht oder die Christen verfolgt und zum Schweigen gebracht. Trotzdem ging Paulus mit seiner Botschaft weiter. Und am Schluss sind durch seinen Dienst und sein Zeugnis doch eine ganze Reihe von Gemeinden entstanden. 3. Weiter sagt Paulus, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. Als ein guter Diener Jesu war Paulus bemüht, den Leuten nicht nur das Evangelium zu predigen, sondern sie zum Gehorsam gegen Gott zu führen. Das Evangelium ist die frohe Botschaft von dem Heil, das Jesus durch sein Blut für den Menschen erworben hat. Der Bote Gottes hat die Aufgabe, den Menschen das Evangelium vorzustellen, zu erklären, zu zeigen und in seinen Auswirkungen und Konsequenzen zu zeigen. Aber das ist noch nicht genug. Wir müssen die Menschen auch aufrufen, das Evangelium oder Jesus Christus anzunehmen. Wir müssen nicht nur sagen, dass da eine Möglichkeit der Rettung ist, sondern wir müssen die Verlorenen aufrufen, sich jetzt retten zu lassen. Es muss zu einer Entscheidung bei ihnen kommen. Das Evangelium hilft keinem, wenn er es nur hört und kennt und dann doch unentschieden bleibt. Und so weiter lebt die bisher. Es muss zum Glauben an Jesus, an sein Werk und seine Lehren kommen. Und das geschieht durch einen Willensakt. Also die Verantwortung des Verkündigers ist nicht nur das Vorstellen und Erklären des Evangeliums, sondern er muss zur Entscheidung führen. Und auch damit ist seine Arbeit noch nicht beendet. Dann geht es darum, dass die Erlösten zum Gehorsam gegen Jesus kommen. Das ist manchmal noch ein langer Weg. Paulus überließ die Heiden nach ihrer Bekehrung nicht sich selber, sondern war wirklich darum bemüht, sie zum Gehorsam zu führen. Das tat er durch Belehrung, Ermahnung, Warnung und Zurechtweisung. Auch du und ich, wir müssen sehen, dass wir nicht nur dem Evangelium, unserer Errettung glauben, sondern dass wir auch gehorsam werden dem Wort und den Lehren Jesu gegenüber. Und dann ist es auch unsere Verantwortung, dass wir andere Christen zum ganzen Gehorsam gegen Gottes Wort führen. Auch hier heißt es, nicht nur sagen, was richtig und falsch ist, was christliche Tugenden und was Sünden sind, sondern es heißt auch für uns, den Gehorsam überwachen und darauf achten, dass andere tun, was Gott verlangt. Paulus hat die Heiden zum Gehorsam gebracht, durch Lehre und Vorbild. Der gute Diener Jesu Christi rühmt sich seines Gottes und redet von den Taten, die Jesus vollbracht hat. Der gute Diener Jesu Christi predigt das Evangelium überall, wo er Gelegenheit dazu hat. Drittens, der gute Diener Jesu Christi ist darum bemüht, den Gehorsam bei den Nichtchristen aufzurichten oder bei denen, die das Evangelium angenommen haben. Und viertens, der gute Diener Jesu Christi bauten nicht auf fremden Grund. Paulus sagt, ich habe meine Ehre besonders darein gesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Namen nicht bekannt war, auf das ich nicht auf einen fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, welche nicht gehört haben, die sollen es verstehen. Was Paulus hier sagen will, ist dieses. Er ist mit seiner Botschaft vorwärts gegangen. Er hat versucht, immer wieder Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kannten. Er hat sich nicht damit zufrieden gegeben, gleichermaßen das christliche Abendland immer wieder zu evangelisieren, sondern er hat immer neue Stellen gesucht, wo es noch keine Christen gab. Ich finde, diesen Geist sollten unsere christlichen Kirchen auch heute haben. In Europa und Südamerika gibt es Kirchen und Gemeinden, es gibt Bibeln und christliche Bücher zu kaufen und wer will, kann bestimmt das Evangelium hören. Aber es gibt noch so viele Länder, wo kaum ein christliches Zeugnis ist, wo auf 10.000 oder mehr Menschen ein Christ kommt. Das ist zum Beispiel Afghanistan, Albanien, große Teile von Indien, Iran, Pakistan oder Irak, China, Japan, Afrika, da sind überall noch Länder oder Teile, wo es kaum Christen gibt. Das sollten unsere Ziele sein. Jesus hatte gesagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Gott hat immer die ganze Welt gesehen. Es ist klar, dass es auch in unserem Land, in unserer Stadt und in unserer Nachbarschaft so viel zu tun gibt, dass es dort auch noch Menschen gibt, die noch nie klar gehört haben, was das Evangelium wirklich ist und die nie vor eine klare Entscheidung gestellt worden sind. Aber das darf keine Entschuldigung sein, dass wir die Menschen in anderen Erdteilen vergessen. Ich glaube, Gott würde wieder mehr in unserer Nachbarschaft wirken können, wenn wir uns mehr um die Menschen sorgen würden, die das Evangelium überhaupt noch nicht kennen. Oftmals denken wir schon an die armen Menschen in der dritten Welt und kennen alle ihre materiellen Bedürfnisse, ihre physische Not und die Unterdrückung und Ungerechtigkeiten, die sie leiden müssen. Aber wir denken kaum daran, ihnen das Evangelium zu bringen. Ganz Deutschland hat nicht einmal 2000 Missionare in der äußeren Mission. Das ist sehr wenig, gemessen an den Pastoren, Predigern und Missionaren, die wir in unserem eigenen Land haben. Lasst uns nicht in unseren Gemeinden um Mitglieder zanken und versuchen, die Gläubigen von einer Gemeinschaft in eine andere zu ziehen, sondern lasst uns das Evangelium dorthin bringen, wo es noch nicht bekannt ist. Bete dafür und unterstütze bitte alle Bemühungen in dieser Richtung. Wir beten. Herr Jesus, Paulus hat uns gezeigt, wie wir dir als wahre Christen dienen können. Vergib uns, wo wir so eine enge Sicht von unserem Auftrag und unserer Verantwortung hatten und hilf uns wirklich, die Welt mit dem Christentum zu durchdringen. Wir wollen uns mehr dafür einsetzen, dass die Heiden dem Evangelium gehorsam werden. Amen.